Und machen Sie sich bitte ja nichts vor. Es gibt in Amerika maßgebliche Kreise, die wollen einen Krieg mit Russland. Sie wollen ihn jetzt und sie wollen ihn nicht erst in 15 Jahren, wenn Russland weiter erstarkt. Russland ist ihnen schon viel zu sehr erstarkt und viel zu sehr stabil geworden. Sie wollen diesen Krieg jetzt und sie wollen ihn bald. Und wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das gestern gesehen haben, es sind jetzt auf YouTube auch von unseren Freunden Videos ins Netz gestellt worden. Wo Truppentransporte über österreichisches Territorium gehen. Hunderte Panzer laufen derzeit über die Schienen Österreichs in den Osten. Hunderte Panzer. Deswegen ist auf einmal der Orban immer böse. Der Orban geht jetzt auf einmal als Guter, obwohl er jetzt sozusagen, das Wahlergebnis unterscheidet sich ja nicht von dem letzten Wahlergebnis, das letzte Mal. Da war er noch böser, weil da hat er die Roten gestürzt. Jetzt auf einmal ist er ein Guter, warum? Weil er bei den Truppentransporten mitspielt. Jetzt braucht man ihn wieder. Der Herr ist jetzt auf einmal wieder gut. Wissen Sie, sehen Sie diese Verlogenheit? Also nicht, ob der einer wirklich gut oder schlecht ist, bestimmt die Position, sondern immer, ob er gebraucht wird oder nicht gebraucht wird. Ob er irgendwo im Weg ist oder nicht im Weg ist, dann ist bestimmt dann immer, ob jemand gut oder schlecht ist. Das ist diese unglaubliche moralische Doppelwürdigkeit und Doppelzüngigkeit, die typisch für die Amerikaner ist, aber mittlerweile auch typisch für die europäische Politik ist. Und daher laufen derzeit also wirklich sehr, sehr große Truppentransporte viel, viel größer in dem Ausmaß, als uns in den Medien zugestanden wird. In den Medien heißt es, nur ein paar hundert Soldaten bei einer Übung würden sie im Osten teilnehmen. Stimmt überhaupt nicht. Derzeit werden Raketen in Polen aufgestellt. Also dieser Raketenschild, der ursprünglich angeblich gegen den Iran gerichtet gewesen sei, also man baut in Polen einen Raketenschild gegen den Iran, das war ja die offizielle Diktion, das war natürlich klar, dass dieser Raketenschild gegen Russland gerichtet ist, der wird jetzt forciert aufgestellt. Man verlegt Truppen, vor allem Luftlandetruppen, in das Baltikum und man hat riesige Mengen an Panzer in den Osten verschafft, sowohl nach Polen wie auch ins Baltikum, aber insbesondere auch nach Hungarn, weil natürlich führt sozusagen in einer Frontstellung, dass Ungarn eine besondere Rolle spielt. Und daher sind also riesige Truppentransporte derzeit nach Hungarn unterwegs. Und ich habe mich bemüht, die Hoheitsabzeichen dieser Panzer zu sehen, die sind verdeckt worden. Also man kann nicht zuordnen, welche Panzer, es sind jedenfalls eindeutig Jagdpanzer, also das ist also eindeutig für den Kampf gedachte Panzer, nicht für den Defensivkampf, sondern für den Angriffskampf. Und es sind diese Panzer ohne Hochheitsabzeichen, jedenfalls sieht man es auf den Videos nicht erkennbar, zu welchem Teil der NATO-Truppen sie gehören, durch unser Land durchtransportiert. Und das alles durch ein neutrales Land. Wissen Sie, und das ist das, was ich unserer ganzen Regierung, dieser ganzen Versager-Nurpartie dort oben vorwerfe. Sie haben den Leuten immer noch gesagt, Österreich sei immer noch ein neutrales Land. Und sie wagen es gar nicht, die Neutralität sozusagen zur Disposition zu stellen, weil die genau wissen, dass die Österreicher da nicht mitspielen. Aber sie tun alles, was verlangt wird, und sei es noch so sehr gegen die Neutralität gerichtet. Sie heben sie de facto auf. Sanktionen, bei Sanktionen mitzumachen gegen ein Land, das mit uns überhaupt keinen Konflikt hat, Russland hat mit uns keinen Konflikt, wieso sollen wir Sanktionen als neutraler Stadt Sanktionen mittragen? Sind ausdrücklich immer gegen die Neutralität gewesen. Wenn man die Neutralität nach Schweizer Vorbild definiert hat, und das hat man ja in Österreich getan, dann ist es unzulässig, Sanktionen gegen ein anderes Land zu verhängen. Sie machen mit. Keine Silbe des Widerstandes vom Herrn Pfeimann, vom Spindlecker schon überhaupt nicht, aber auch vom Herrn Außenminister Kurz nicht. Keine Silbe. Auch aus dem Nationalrat nicht. Auch die ganze Strachepartie, da halten die alle den Mund.